hallo hier willkommen zu einer folge 1 plus 1 team molia auf meinem kanal nach lange mal wieder und wir gehen einfach mal in die warteschlange und schauen wer hier so kommt ihr seht das ist auf jeden fall rankt ich mache mir im sound so ein bisschen leiser ich glaube 91 prozent ist ein bisschen laut und ja es startet hiermit auch die vorproduktionsreihe das heißt ich habe ab heute erkennt mich bin ab heute im urlaub also nicht mehr wirklich da sondern nur vor produzierte videos und ja das ist halt jetzt so der stand der dinge ich werde hoffentlich jeden zweiten tag selber ein video hochgeladen hochgeladen bekommen und ja das ist mein ziel hat sich nicht hinbekomme wenn ich nicht hinbekommen sollte hat wesux mir versprochen dass er mir auf jeden fall hilft dass er mir auch ein video hochladen wird oder zwei je nachdem wie viel ich halt noch brauche und ja dieses video wird jetzt auch nicht zu lang gehen damit ihr auch erstmal bescheid wisst ich meine lange videos habe ich gemerkt guckt ihr euch eh nicht so ganz an deswegen einfach mal so ein paar kleine one versus one runden ich meine ist ja eigentlich ganz cool und chillig so und ich kann den beim packen fuß rüberbringen für euch ok bro ja gut hab ich gesagt so wieder gegen mein abo ich würde sagen noch drei runden und dann wer das auch gegessen das video dann wisst ihr bescheid ich weiß nicht wann genau das video jetzt kommt am samstag oder am sonntag äh muss ich gucken auf jeden fall jeden zweiten tag sollte hoffentlich ein video kommen ich glaube dies hier kommt dann sonntag raus ja sollte dann passen so würde ich sagen letzter kampf sollte dann auch reichen die arena kann ich noch gar nicht ich habe keinen Bock in so einem kopf bewustet zu werden bro du brennst und dieser swiftness ist echt behindert ok komm der kampf war jetzt nicht so geil also noch einen letzten und dann ist es wieder auch vorbei dann geht es ab ins schnittprogramm und danach hochladen was wird euch noch so erwarten vielleicht aber dann skywars badwars ich will so eine mischung machen aus allem dass ihr so ein bisschen von allem habt und ja dass nicht nur badwars kommt so ich würde dann sagen das war es dann auch erstmal mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen und ansonsten bis zum nächsten mal und tschö mit